So voller Tatendrang geht es heute wieder los und zwar schauen wir uns jetzt mal die Strände hier in Punta del Diablo an. Ich will unbedingt die Drohne fliegen lassen aber es ist viel zu windig. Es ist gar nicht zu windig. Doch ist es. Die segelt nachher ins Meer. Ihr werdet sehen. Ja wobei, es ist viel zu windig. Jetzt lassen wir sie mal steigen und dann schauen wir mal. Ja. Aber die ist nicht dabei. Nee, 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 in der GoPro. Nee, nee, nee. Oh no. Nee? Nee. Geht nicht. Sorry. Nee. Oh nee. Erklär, was ist mal wieder passiert. Oh nee. Und ich habe extra noch den Akku eingepackt. Oh nee. Um mir. 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 Wie bei. Um mir. Um mir. So, jetzt ist es wirklich super schön und super kalt. aber vom himmel wäre es wahrscheinlich noch schöner gell aus der luft ja aber morgen vielleicht ja unbedingt das ist schon wieder naja wir lassen uns den moment jetzt nicht ganz kaputt machen und genießen wir so ein bisschen die aussicht hier dann es ist kalt ja 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 Ah, hier der kleine Geländewagen. So, was steht noch auf dem Programm? Heute? Abendessen. Und dann ein bisschen arbeiten noch vielleicht. Ja, vielleicht noch ein bisschen was machen. Und heute haben wir ganz viel geplant für unsere Weiterreise. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020